ja hallo liebe modellbahnfreunde heute gibt es wieder ein modelleisenbahnvideo ein fahrvideo ich zeige euch einige güterzüge schwere güterzüge mit wunderbaren loks davor und wünsche euch jetzt viel spaß unsere vier züge stehen hier schon bereit so fangen wir jetzt an ganz links mit der ludmiller dann mit unser agk das ist die zweite von links dann unsere hektorellok und zum schluss mit dem krokodil das ist alles eingegleist und unser so geht müller fährt los Vielen Dank. 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 Vielen Dank.